So meine Freunde, moin zusammen, also mittlerweile, es ist irre, es ist irre, ich glaube ja mittlerweile, dass der eine oder andere in den Behörden und so weiter meine Videos guckt, anders kann ich mir nicht mehr erklären, haltet euch fest, nächste Nachricht bezüglich der Inflation und es wird immer irrationaler, es wird immer irrationaler, also was hier passiert, kannst du dir nicht mehr vorstellen, trotz 30 Jahres hoch, schreibt die BILD, mächtigster Geldpolitikerin ist Inflation eher zu niedrig. Was habe ich denn jetzt verpasst? Was ist denn jetzt los, leere geehrte Frau Schnabel? Ich habe ja gerade gestern über die Dame berichtet und jetzt kommt so ein Klopper hier raus, wir gehen das mal ganz durch, wir haben uns strukturiert. Professor Isabel Schnabel ist deutschlands mächtige Notenbankerin, die Volkswirtschaft sitzt im sechsköpfigen Direktorium der Eurobank EZB, bestimmt damit maßgeblich über die Inflation und die ist mit 5,2 Prozent in Deutschland auf 29 Jahres hoch. Das ist ja der offizielle Wert, nebenbei gesagt, aber pssst, nicht verraten. Dennoch hält Schnabel die Inflationsrate noch für zu niedrig. Im ZDF erklärte sie, Zitat, im Moment ist es halt so, dass wir eher eine zu niedrige Inflation sehen. Auf Nachfrage erklärt sie, auf niedlere Sicht, sie rechne mit einem Rückgang im nächsten Jahr. Ja, so Schnabel. Wie bitte, Frau Schnabel, die Inflation ist zu niedrig, fragt die im Bild nämlich hier, würde ich nämlich jetzt auch so fragen. Und wenn sich das anguckt, in den Euro-Staaten, also EU-Ländern, sehen wir hier, dass sie im Schnitt bei 4,9 Prozent liegt und damit der höchste Wert seit 1997. Aber gut, vielleicht verstehe ich das, habe ich gerade so als Gedanken, verstehe ich das falsch. Vielleicht will sie damit zugeben, dass die 5,2 Prozent, die es ja offiziell sind, doch nicht so wahr sind, sondern was wir bei 20 Prozent oder 10 Prozent Inflation mittlerweile sind. Und ich habe ja gestern gerade von euch aus den Kommentaren auch das ein oder andere Rechenbeispiel mit reingenommen, wo der Single-Haushalt berechnet wurde. Und Ähnliches macht ja auch hier unten die Bild, wenn man hier hingeht und sich das anguckt. Eine arme Rentnerin, genau, die wollte ich vorziehen, die arme Rentnerin hier, die 80-Jährige, für die reicht es nicht mehr für einen Tannenbaum. Leute, das zerreißt mir das Herz, das ist eine bodenlose Frechheit, was hier abgeht. Viele Markenprodukte sind inzwischen zu teuer für uns, sagen diese zwei Leute hier. Security-Frau Carolin und Küchenmanteur Oliver aus Berlin. Oder hier der Verkäufer aus Berlin, der Waldemar Neu. Jede Tankfüllung kostet 11 Euro mehr. Oder die Dame hier ist Lkw-Fahrerin, die auch immens am knappsten ist und sich hier, die Bananen müsst ihr mal in Ruhe lesen, die Bananen zu Hause irgendwie im Dörr-Automaten macht, damit sie unterwegs was Vorrat hat zu essen. Also Leute, was hier abgeht, das ist doch nicht mehr normal. Weil wenn wir jetzt sagen würden, okay, es geht ja allen schlecht in Deutschland. Es ist ja alles nicht in Ordnung. Und auch andere Länder sind am knappsten. Und wir müssen halt gucken, wir müssen alle ein bisschen hier den Euro zusammenhalten. Okay, kriegen wir hin, das ist eine absehbare Zeit. In ein, zwei Jahren geht es dann allen, allen Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, geht es besser. Aber nein, das Schlimme ist doch, der Mittelstand in diesem Land wird ausgeblutet. Man lässt ihn ausbluten. Und ich bin hier beim Statistischen Bundesamt, um eine aktuelle Statistik darüber zu holen. Und das ist nur ein Auszug von den Kosten, die wir jährlich rausballern. Wo deutsche Entwicklungshilfen ankommen, auf die Formulierung gehe ich jetzt gar nicht ein. Und Syrien, 683,5 Millionen Euro. 683,5 Millionen Euro. Indien, 530, ich runde jetzt, 530 Millionen. China, 474 Millionen. Irak, 430, Afghanistan und so weiter und so fort. Hier sind nicht alle Länder aufgeführt, soweit ich weiß. Es gibt noch andere Länder. Leute, wenn man sich das hier auf der Zunge zergehen lässt, da fragt man sich, warum müssen Leute hier staatliche Unterstützung, wie zum Beispiel von Arbeitslosengeld darauf zurückgreifen, was nicht reicht, und dann Unterstützung noch beantragen? Warum müssen hier Rentner die Flaschen sammeln gehen? Warum müssen in diesem Land auch noch als kleines Beispiel so viele Menschen zur Arche gehen, sich Lebensmittel abholen, weil sie sie sich nicht mehr leisten können? Das kann doch nicht sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein, dass man hier aber hingeht und mit Händen, vollen Händen, das Geld zum Fenster rauswirft. Und es wird ja nur noch schlimmer, Leute. Es wird ja nur noch schlimmer, weil unser Sozialsystem ist halt hoffnungslos überlastet. Das sollte doch mittlerweile jedem klar sein. Wenn man hier zahlreiche neue Leute reinholt in dieses System, aber nicht genug neue Einzahler hat. Nein, man versucht es über die. Es sind circa in Deutschland, ich habe eine Statistik mal darüber gelesen, 15 oder 16 Millionen Nettosteuerzahler in Deutschland nur vorhanden, die das alles bezahlen müssen. Das bin dann ich als kleiner Selbstständiger beispielsweise, genauso wie ein Handwerker als Selbstständiger, oder eben die gerade gezeigten Leute oder jeder von euch, der arbeiten geht und hier komplett seiner Steuern beraubt wird. Anders kann man es doch nicht mehr sagen, weil wir bekommen ja nicht das zurück dafür, was wir hier einzahlen. Und das ist das Unfaire an der Sache. Aber schreibt mal eure Meinung unten rein, was ihr dazu denkt. Besonders dann, dass solche Äußerungen hier von der EZB kommen. Okay, Freunde, kommen wir wieder ein bisschen runter, war sehr emotional gerade. Hoffen, das war in Ordnung für euch. Wir haben interessante Nachrichten aus dem Krypto- und Finanzbereich. Solana. Solana ist wieder da. Grayscale startet Fonds. Kurs kann sich erholen, heißt es hier beim Bitcoin-Kurier. Und weiterhin heißt es beim Coincarge. Vermögensverwalter Grayscale startet Solana Trust mit 9,5 Millionen unter Verwaltung. Ganz interessantes Ding, wie schnell sich dadurch ein Kurs nämlich wieder regenerieren kann. Das ist das richtige Wort. Und ich hatte ja schon darüber berichtet, dass der Swap hier gekommen ist zwischen Platz 5 und 6 mit Cardano und Solana. Und das ist ganz, ganz interessant, dass wir den jetzt hier sehen bei 230 Dollar. Hat sich wirklich stark stabilisiert. In den letzten 10 Tagen über 10% und hier knapp 10% letzten 24 Stunden. Ja, Leute, so langsam ist es hier ein Lieblingsthema von mir. Wir gucken wieder nach El Salvador. Ja, Präsident Bukele hat ja, und da habe ich ja gestern Abend extra ein Special-Video dazu gemacht, was online gegangen ist. Ihr habt es ja gefeiert. Ein Bitcoin-Bond oder halt einfach eine Staatsanleihe auf Deutsch. Wird ja rausgegeben ab dem Jahr 2022. Und es war ja klar, es war ja klar, dass das natürlich der Finanzelite dieser Welt nicht gefällt, weil da geht natürlich viel Geld verloren. Und das ist eine Wette gegen den Dollar. Das gefällt ganz vielen Leuten nicht. Und dementsprechend kommt es natürlich, wie es kommen musste. Die Rating-Agenturen bestrafen die Bekanntgabe mit einer Herabstufung. Ja, das ist eigentlich meiner Meinung nach der Ritterschlag. Das ist der Ritterschlag für El Salvador. Also meiner Meinung nach machen sie damit genau alles richtig. Wenn nämlich jetzt auch das Kreditrisiko für dieses Land hochgehoben wird, ist das nur eine Bestätigung, dass es dort angekommen ist und dort wehtut, wem es wehtun soll. Kann man dazu ganz einfach sagen. Und bei Standard & Poor, S&P, wenn viele von euch kennen, ist ja auch eine Rating-Agentur, ist das Ganze noch nicht durch. Allerdings Moody's hat ernst gemacht, wie jetzt hier BTC Echo schreibt. Die Agentur stufte die langfristigen Fremdwährung, Emittenten und Senior Unsecured Ratings El Salvador's von B3 auf CAA1 herab. Und das ist Junk, das ist Ramsch. Also das bedeutet ganz hohes Risiko für den Kredit, wenn man denn einen geben würde. Ja Leute, also das ist Säbelrasseln. Das sind so die Züge, die natürlich die Finanzelite da durchführen kann und alles drum und dran. Wartet mal ab, wenn sich das Ding wirklich etabliert, es wird ein Fest. Weil nochmal, was macht Präsident Bukele damit? Der macht bestimmt auch nicht alles richtig, keine Frage und hat natürlich auch Schwierigkeiten in dem Land, alles drum und dran. Aber nehmen wir doch dieses eine Beispiel hier. 3. November 2021 im BTC Echo erschienen. Bildung dank Blockchain. El Salvador. Bukele nutzt Bitcoin-Gewinne für 20 neue Schulen. Und sowas, sowas ist toll. Das ist Innovation, das ist die Zukunft, das ist es, was man doch machen kann. Wenn man einen Bitcoin-Bestand hat, die sind gestiegen, dann verkauft man eine kleine Tranche davon. Und wenn er wieder im Dip ist, dann kaufst du wieder nach. Hin und her einfach ein bisschen traden. Und wenn du das natürlich mit den finanziellen Ressourcen eines ganzen Landes machen kannst, ist das eine verdammt spannende Aktion. Und genauso wird das mit Bitcoin City laufen, wenn die in El Salvador wirklich umgesetzt wird oder im nächsten Jahr, das ist ja geplant, dann umgesetzt ist. Dann wird dort vor Ort mit Bitcoin bezahlt. Dann wird da sehr, sehr viel Fluktuation sein beim Bitcoin im Bezahlsystem und so weiter. Und man wird das Ganze nutzen. Und glaubt mir, in 5 bis 10 oder von mir aus auf 15 Jahren wird El Salvador nicht mehr so belächelt werden, wie es heute wird. Ah, so ein Hinterwälderland und so weiter und so ein Quatsch. Glaubt mir, jetzt werden gerade Vermögen geschaffen. Sei es im privaten Bereich, aber auch im staatlichen, bin ich fest von überzeugt. So Freunde, in diesem Sinne, schreibt eure Meinung in die Kommentare unten rein. Freut mich sehr. Und abonnieren nicht vergessen, das ist ganz wichtig, Kommentar abgeben, auch wenn ihr jetzt nicht so speziell was zu sagen habt. Aber ein kleines Däumchen hoch in den Kommentaren ist auch immer sehr, sehr hilfreich für den Algorithmus, damit der Kanal hier natürlich weiterhin schön wächst. Wir gehen straight auf die 12.000 Abonnenten schon zu. Also es geht gigantisch schnell hier. Vielen, vielen Dank dafür. Haut rein. Bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal.